Herzlich Willkommen zu diesem Kurzvideo zu den Windows 11 Grundkompetenzen. Diesen möchte ich zeigen wie man mit einer Tastenkombination zwischen geöffneten Apps Programme wechseln kann. Das geht ganz einfach, wenn ich die Alt-Taste drücke und sie gedrückt lasse und danach dann die Tab-Taste drücke, Tabulator-Taste, kann ich zwischen Programme ein hin und her schalte, indem ich einmal immer wieder die Alt-Taste gedrückt lasse, immer wieder auf die Tabulator-Taste drücke. Je nachdem wo ich das dann auslasse, dieses Programm wird dann geöffnet. Ja und das war es schon. Danke für deine Aufmerksamkeit.